Elvis Aaron Presley, häufig einfach nur Elvis genannt, war ein US-amerikanischer Sänger, Musiker und Schauspieler, der als einer der wichtigsten Vertreter der Rock- und Popkultur des 20. Jahrhunderts gilt. Wegen seiner Erfolge und seiner Ausstrahlung wird er auch als King of Rock and Roll oder einfach als King bezeichnet. Presley gilt mit wahrscheinlich über einer Milliarde verkauften Tonträgern als der erfolgreichste Solo-Künstler weltweit. Elvis Presley begann seine Karriere 1954 als einer der ersten Musiker der Rockabilly-Bewegung. Einer Fusion von weißer Country-Musik und schwarzem Rhyme und M-Blues. Seinen Durchbruch hatte er 1956, als er zur kontrovers diskutierten Identifikationsfigur der Rock-and-Roll-Bewegung wurde. Für Furore sorgte er mit seinen ausgesprochen körperbetonten Bühnenauftritten in einer Zeit, in der dies noch nicht zum Standard-Repertoire von La Entertainer gehörte. Presleys Markenzeichen waren seine markante, annähernd drei Oktaven umfassende Stimme und sein innovativer, emotionsgeladener Gesangsstil, mit denen er in unterschiedlichen Genres wie dem Rock, Pop, Country, Gospel und Blues erfolgreich war. Presley wurde bis 1978 14 Mal für den Gremi nominiert, den er drei Mal für seine Gospel-Interpretationen gewann. Im Alter von 36 Jahren wurde er als bis dahin jüngster Künstler mit dem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet. Presley ist neben Michael Jackson als einziger Künstler in fünf Halls of Fame vertreten, Rock and Roll, Rockabilly, Country, Blues und Gospel. Ferner wurden sechs seiner Song-Interpretationen als historisch besonders bedeutsam in die Gremi Hall of Fame aufgenommen. Laut RIAA hat er zudem mit 167 Einheiten die meisten Gold- und Platin-Auszeichnungen sowie einen Diamond Award. Die RIAA zeichnete ihn wiederholt als Best-Selling Solo-Artist in US-Historie aus. In den amerikanischen Billboard Charts erreichte Presley bis 1977 mit 15 Alben und 16 Extended Plays den ersten Platz. Er ist der einzige Musiker in der US-amerikanischen Chartgeschichte mit Nummer-Eins-Hits sowohl in Billboard's Pop als auch Country, Realm und Amp-Blues sowie er dealt Contemporary Charts und führt bis heute Billboard's Liste der 500 erfolgreichsten Künstler ab 1955 an. Zwischen 1956 und 1969 wirkte Presley zudem in 31 Spielfilmen mit. 1970 und 1972 erschienen zwei Dokumentarfilme über ihn. Elvis on Tour wurde mit einem Golden Globe Award als beste Dokumentation ausgezeichnet. Das war's für heute. Vielen Dank.